Hallo, Eure Hoheit. Danke, dass Du zurückgekommen bist. Wir sollten wohl noch eine PR-Veranstaltung durchführen, aber mit einem anderen Speed-Champions-Wagen. So beweisen wir, dass wir nicht nur Legos auf die Karosserie kleben. Schaffst Du das? Genial! Ich habe hier einen echten Klassiker vorbereitet. Ein Ferrari F40, ganz aus Lego. Diesmal geht es in die Blitzerzone. Du drückst auf die Tube und wir teilen Blitzerbild und Telemetrie in ganz Großbritannien. Um die markant geschwungenen schwarzen Linien des F40 nachzubauen, haben die Lego-Meisterbauer Winkelstücke und verkehrt herum angebrachte Einersteine mit seitlichen Noppen verwendet. Entschuldige, PR-Sprech, ich weiß. Aber diese Datenblätter sind echt spannend. Die Datenblätter sind echt spannend. Das finde ich auch wichtig. Unglaublich! So eine Geschwindigkeit kann man nicht vortäuschen. Nicht mal mit einer perfekten Lego-Miniatur. Untertitelung des ZDF, 2020